So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Renan, äh, Shinobi, jnnnnn. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt wollen wir einfach mal unsere Iona-Story anschauen. I need a master, someone to tease me, tease me, hold. Oh Gott, okay. Alles klar. Oh Frau. Ah, die ist cool. Von daher wird das bestimmt ganz lustig. I push the play button on the CD player, like I've done so many times before. The music obss one leg quietly fills the ninja room. Nobody is here but me. I dance ballad to the music. Forgetting that I'm a shinobi for now, I enjoy this moment alone. It's always a pleasure doing this, but it's not enough to satisfy me. Yes, what I need is a master who can share the dance. Enthi... Oh Gott. Enthusiastically. Strictly. Relentlessly. Entexually. Pfff. A master who can stroke me in all those ways and more. The fantasy becomes so intense that it consumes me. I can't think of anything else. Oh Gott. Okay. Alles gut. Oh Gott. Das wird was. Hm. Vielleicht gegen Ryobi? Okay. Wow. Achso, ich habe ihr mal das Outfit von Miyabi gegeben. Ah, ich habe das, ich habe ihn ausgeschrieben. Ich bin jetzt überrascht. Ich bin jetzt überrascht. Ich habe das, was ich nicht für Sie? Jetzt habe ich einen Geist. Ich habe das, was ich für Sie? Ich bin jetzt von mir! Ich bin jetzt von mir das, was ich sehr Ärger! Ich bin so cool, ich bin so cool. ... Er ist so schy, Ryomi! Oh Gott! oh god mirle jesu jesu ich bin ja mal gespannt wer ihr master wird bestimmt gar keiner keiner ist gut genug 608 komo what the fuck oh jesu 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 Die rastet einfach übelst aus, die Frau. Also geil. No, please do not hurt me. Bitter boy, guy. Oh, Riona, Alter. Süß, die Frau. Hoch, ja. Oh, Riona. Die Frau ist so durch. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie noch so kämpft jetzt. Ich meine, er hat ja die üblichen Verdächtigen. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie noch so kämpft, gegen wen sie noch so kämpft, gegen wen sie noch so kämpft. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie noch so kämpft, gegen wen sie noch so kämpft. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie noch so kämpft, gegen wen sie noch so kämpft. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie noch so kämpft, gegen wen sie noch so kämpft, gegen wen sie noch so kämpft. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie noch so kämpft. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie noch so kämpft. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie noch so kämpft. Oh, oh. Oh, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich bin mal gespannt, gegen wen sie noch so kämpft. Oh Gott, ist die Doe, ist die Frau. Schickle, schickle. Meine Güte, die ist noch nicht voll durch, oder? Also ich mache halt deswegen die Story, damit ich in der Kampagne besser vorankomme. Ich bin mal gespannt, wie die Kampagne weitergeht. Aber hey, lassen wir uns überraschen. Wahrscheinlich wirst du dann gegen die anderen Schulen kämpfen, würde ich jetzt sagen. Um halt rauszufinden, wer deine Schule hintergangen hat. Pulsiviertel ist. Was ist das? Ich denke schon, ich bin schon von einem anderen anspringen. Oh, ich bin so verständigend. Ich bin so super, ich bin so verständigend. Eheh, ich bin so sehr, wenn ich mich sehr fühle. Aber ich bin so schön, ich bin so verständigend. Ich bin so schwer. Ich bin so schwer. Ich bin so schwer. No! Hahaha. Was machst du Bock mit der zu spielen? Hahaha. Das ist richtig abartig. Oh Gott. Was ist die denn? Oh Gott. Geh weg von mir. Oh ja. Alter. Du hast so toll aus, die Frau. Ich bin nackt. Alter. Oh nö. Das ist so blöd. Geh mal weg. Hau rein. Wo rennt denn die rum? Beasts weh. Oh nein. Oh, nein. Oh nein. Geh mal weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach, nö. Leave the kitty alone, please. Oh, attack up. Ich hab sie. Haha. He's so cool. He's so cool, verdammt. Ach, ja. So. Der Knall ist ja übelsächtig, soll durch. Haha, war sehr übelsäfrokt, ja. Es macht so Spaß, sie zu spielen. Ach. Ach du Scheiße, die drehen sich auch voll. Das ist ja gemein. Alter. Ja. Oh, das ist garlike. Insel Griffert park ist ein Puh. Dann gerekort,ivesaja. Ja. Ja. Anadne und. Take passiert. Wah. Tott. Nein! Nein! Die Dicke, Alter! Oh gut, wer kommt? Wer ist da? Ach sie! Ein vulkärer Tanz? Ehrlich? Was ist das? Oh! Herb-san! Ich kann das auch spammen! Jetzt weiß ich, wie es geht! Aha! Ich weiß jetzt, wie es geht! Oh Gott! Es macht so vieles einfacher! Meine Fresse! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! verses 3 Das war er wirklich nicht wahr! She must be the one? She's the master I've been dreaming of! I hold my master's hand tightly Yumi shakes off my hand and runs away from me I won't let her go I will never let her go once a master always a master the more desperately she runs the faster I follow she tells me to stay away oh my my I know what this is she's playing hardcore hard to get isn't she I've been bad and she's going to fix my wagon but good I see alright I look at her from a distance I want to dance with her but I can't that alone satisfies me more than words can say oh god but um you